Ja, Experten gibt es ja irgendwie für alles im Netz, stellt man ja immer wieder fest. Wir haben das ja auch bei der Pandemie zum Beispiel gemerkt, da hatten wir plötzlich 80 Millionen Virologen im Land. Ähnlich gilt das auch für die Ökonomie, denn auch im Bereich Wirtschaft gibt es ja viele, viele Menschen, die meinen, sie wüssten alles besser und wüssten genau, wie das alles zusammenhängt. Dabei ist das ja ein sehr kompliziertes Thema. Ja, und genau darüber hat sich mein heutiger Gast ein bisschen Gedanken gemacht. Er hält nämlich an der Uni Kassel darüber auch Vorträge, nämlich über ökonomische Videos auf YouTube. Und das hat mich so sehr interessiert, dass ich ihn eingeladen habe. Herzlich willkommen, Professor Björn Frank. Ja, hallo, danke für die Einladung. Es gibt einen Kanal, den Sie besonders für sich entdeckt haben, nämlich Wohlstand für alle. Der wird unter anderem von Wolfgang M. Schmidt gemacht. Der war hier bei uns im Haus auch mal vor ein paar Jahren tätig. Und ja, was können Sie dazu sagen? Naja, also erstmal, es ist schwer, den Kanal nicht zu entdecken. Ja, machen Sie ja viel. Wenn man sich ein bisschen für Ökonomie interessiert, auch auf YouTube mal was sucht, dann wird einem das, über kurz oder lang wird einem da was angezeigt. Und wenn man sich dann mal ein, zwei von diesen Videos angeguckt hat, dann wird einem noch relativ viel empfohlen. Und das ist, ja, ist schon ein erstaunlicher Kanal. Diese Auffassung ist in den letzten Jahrzehnten zu einer Grundüberzeugung vieler neoliberaler Ökonomen und Politiker geworden. Auch wenn sie natürlich Steuererhöhungen immer ablehnen. Zumindest, wenn es um Steuererhöhungen für Reiche oder Unternehmen oder sowas sich dreht. Sonst kann man ja mal gucken, ob man noch irgendwo mit Steuern die kleinen Leute ärgern kann. Mehrwertsteuer zum Beispiel. Dass der frühe Kapitalismus, wie wir schon in Folge 107 zur ursprünglichen Akkumulation erklärt haben, vor allem mit staatlichem Zwang und wenig mit individueller Moral zu tun hatte, geht da leider unter. Und damit wird natürlich die gesamte Kritik, die Lafargue an der Überarbeitung des Proletariats formuliert, schief. Für das Militär ist Geld ohne Ende da. Erbschafts- und Vermögensteuer werden nicht einmal mehr angesprochen von Grünen oder SPDlern. Stattdessen gibt es nur Ermahnungen zur Bescheidenheit. Eine der wenigen sozialpolitischen Maßnahmen der letzten 25 Jahre, um es ein bisschen sarkastisch zu sagen, von SPD und Grüne, war eigentlich die Erweiterung des Pfandsystems, sodass jetzt Flaschen sammeln keineswegs nur eine Option gegen Armut für Obdachlose ist. Also es ist ja sehr kapitalismuskritisch, sage ich mal. Es ist ja fast schon Sozialismus, der da im Grunde genommen teilweise propagiert wird. So kommt es mir zumindest vor. Ja, ja, das ist so. Das ist so, ja, genau. Da könnte man natürlich jetzt auch immer sagen, als schönes Gegenargument, hatten wir ja schon mal in Deutschland, hat nicht funktioniert, wie man gesehen hat. Ja, stimmt, wobei man sich nicht, also die Standardverteidigung gegen dieses Argument ist natürlich, dass es in der DDR, das war nicht der wahre Sozialismus. Naja, natürlich, ja. Die haben das halt falsch gemacht und man könnte das besser machen. Und tatsächlich ist es so, dass ja die Erinnerung an den real existierenden Sozialismus, die verblasst ja auch. Und das führt dazu, dass man viel mehr als vor 30 Jahren dann eben auch Gedanken machen muss über darüber, was kann funktionieren, was macht ein funktionierendes Wirtschaftssystem aus, wie kann man die Mängel, die verschiedene Wirtschaftssysteme haben, beheben, kann man die beheben, mildern, solche Dinge. Also zum Beispiel Laissez-faire-Marktwirtschaft versus soziale Marktwirtschaft. Wo man sagt, okay, wenn wir alles dem Markt überlassen und nicht eingreifen mit Sozialpolitik, dann wird was schieflaufen. Ja, Wolfgang Schmidt fordert ja unter anderem eine Vergesellschaftung unserer Produktionsmittel. Das ist ja Sozialismus pur, kann man sagen. Ja, nennen Sie doch mal so ein Beispiel von Wohlstand für alle, wo Sie gesagt haben, um Himmels Willen, was reden die denn da? Also ein Beispiel, was man anders formuliert, die Vergesellschaftung von Produktionsmitteln ist nicht das, was ich als erstes nennen würde, für um Gottes Willen, was reden die denn da, weil das ist aus, also ich würde sagen, das ist aus falschen Annahmen korrekt geschlossen. Ja, also unter Bedingungen, die man sich vorstellen kann und die Herr Schmidt sich vielleicht wünscht, kann man dann ableiten, dass der Sozialismus eine gute Idee wäre. Aber was mich vielleicht noch ein bisschen mehr stört, ist, wenn nicht korrekt geschlossen wird, wenn die Schlussfolgerung sich einfach nicht aus den Prämissen ergibt. Ja, machen wir mal konkret. Da gab es ein schönes Beispiel, wo die beiden sich kritisch mit der sozialen Marktwirtschaft auseinandergesetzt haben. Die soziale Marktwirtschaft ist natürlich ein bisschen ein Problem für Leute, die den Kapitalismus kritisieren, weil man muss natürlich dann auch Argumente liefern, warum der Kapitalismus nicht repariert werden kann. Also warum das untaugliche Reparaturversuche sind, wenn man die Lohnbildung auf Märkten oder in Tarifverhandlungen, wenn man die dann noch durch eine Sozialpolitik, Steuerpolitik und so weiter versucht zu korrigieren. Und da wird, also da merkt man schon an der Qualität der Argumentation, dass da unbedingt rauskommen sollte, soziale Marktwirtschaft ist nichts, ohne zu sehr in die Details von Steuerpolitik oder sowas gehen zu müssen. Sagen wir zum Beispiel, zwei Unternehmen konkurrieren um die Gunst der Konsumenten und sie wollen deshalb immer billiger als andere produzieren. Dann findet ja so eine Art gegenseitiger Unterbietungsbewerb statt, der auch den Konsumenten natürlich hilft, aber die Profite der Unternehmer schmälert. Also könnte hier eine heimliche Preisabsprache stattfinden, dass die Unternehmer zum Beispiel sagen, unter diesem Preis verkaufen wir jetzt beide keine Schuhe mehr und dann bilden die Unternehmer ein Kartell zulasten der Konsumenten. Besonders wichtig für die Ordoliberalen war die Stadt Freiburg. An der dortigen Universität wurde die sogenannte Freiburger Schule gegründet, zu der etwa der bereits erwähnte Walter Eucken gehörte und auch Franz Böhm. Böhm brachte die Relevanz des Wettbewerbs ganz drastisch auf den Punkt. Er schrieb, es sei, Zitat, Pflicht aller Beteiligten, sich dem Wettbewerb zu unterziehen. Ja, aber mal ganz konkret nochmal, also wo ist die falsche Argumentation? Können Sie das, damit man so mal versteht, was Ihre Kritik ist? Das war jetzt ja allgemein formuliert erstmal. Ja, also interessanterweise, da sieht man auch durchaus eine Qualität von Wohlstand für alle, die wissen besser als viele andere, die den Neoliberalismus kritisieren, wo der Begriff eigentlich herkommt. Also das war ja mal eine Gegenposition zum Laissez-faire-Liberalismus. Das ist was nochmal? Laissez-faire-Liberalismus, das ist der berühmte Nachtwächterstaat. Also wir sorgen mal gerade noch für Landesverteidigung und für die Durchsetzung von Eigentumsrechten. Ja, also man nicht einfach was klauen kann, aber alles andere regeln die Märkte dann schon. Ah ja, okay. Also auch Polizei und solche Sachen alles. Ja, Polizei kann auch eine staatliche Aufgabe sein, aber auch nicht viel mehr. Also bitte. Und dagegen wollten sich die, die sich neoliberal genannt haben, zunächst, dagegen wollten die sich abgrenzen. Die haben gesagt, wir brauchen einen starken Staat, der was gegen zu mächtige Unternehmen tut und solche Dinge mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und das ist jetzt so ein Kampfbegriff geworden, der, wo ich auch mal wissen möchte, die vielen Leute, die immer neoliberal sagen, was denken die eigentlich, worauf sich dieses Neo bezieht. Ja, aber ich glaube, das ist einfach so ein bisschen so ein Wohlfühlbegriff. Also alle Dinge, von denen man das Gefühl hat, die laufen schlecht, die gefallen einem nicht, die packt man in so einen Sack, da steht ein neoliberal drauf und dann haut man den so ein bisschen. Und Wohlstand für alle hatte mal in der Folge, also wurde ganz deutlich, also die kennen die Geschichte dieses Begriffes, die wissen, was diejenigen, die den Begriff mal erfunden haben, damit eigentlich gemeint haben. Und dann fallen sie aber doch in dieses Muster zu sagen, boah, irgendwas ist neoliberal, also ist es schlecht. Und ja, also das ist so eine Kette, ich würde hoffen, Sie können das vielleicht auch noch einspielen, den Schnipsel, wo die sich beschäftigen mit einem der frühen Neoliberalen, Alexander Rüstow. Und dann ein ganz empörtes, empört ein Zitat von ihm vorlesen, wo es um den Interessentenpöbel geht, gegen den der Staat sich wehren müsste. Und das ist, dieser Interessentenpöbel, das ist bei den Neoliberalen, das sind in allererster Linie die Unternehmen. Alexander Rüstow, der schrieb 1932, es ist ein Zeichen jämmerlichster Schwäche des Staates, einer Schwäche, die sich des vereinten Ansturms des Interessentenhaufens nicht mehr erwehren kann. Der Staat wird von den gierigen Interessenten auseinandergerissen. Was sich hier abspielt, staatspolitisch, noch unerträglicher als wirtschaftspolitisch, steht unter dem Motto, der Staat als Beute. Ja, eines muss man den Autoliberalen lassen, sie haben aus ihrer Verachtung wahrlich keinen Hehl gemacht. Also die Unternehmenslobbyisten, die sich den Staat nicht zur Beute machen sollen, sagen die Neoliberalen. Und in diesem Video wird dann aber suggeriert, dass sich das in erster Linie auf die Wähler bezieht. Und das ist zumindest eine sehr einseitige Interpretation, dass man die Sichtweise der Neoliberalen, der Staat, darf sich nicht so beutete Unternehmen machen, dass man das da völlig ausblendet. Also gut, es wird gesagt, Alexander Rüstow war nun wahrlich kein Demokrat und er fand aber die soziale Marktwirtschaft gut. Und das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass das nichts Gutes sein wird. Und er war ein Neoliberaler, also ist die soziale Marktwirtschaft schlecht. Ah ja, gut. Und das, ich finde, das ist schon erstmal sowieso nicht korrekt geschlossen. Ja, das stimmt. Man sagt, Hitler war Vegetarier. Ja, genau. Müssen wir alle gute Fleisch essen. Ja, genau. Und ja, apropos Hitler, dann steht ja im Credibility Bookshelf, also damals, inzwischen haben sie es geändert, im Credibility Bookshelf hinter Ole Niemann stand dann ja der Ring, das Nibelung und so, Wagner. Und natürlich... Hitlers Lieblingskomponist. Genau, und auch ein übler Antisemit. Also kein typischer, aber doch ein übler. Und gegen genau diese Schlussfolgerung, also der war Antisemit, also ist die Musik furchtbar, würde Herr Niemann sich bestimmt und auch mit Recht wehren. Man muss schon Autor und Werk trennen. Ja. Und, aber... Das gilt für Alexander, wirst du natürlich genau so. Nicht nur dann, wenn es einem passt. Ja, 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 okay, okay, verstehe. Also das fand ich sehr witzig. Ich finde sowieso das Credibility Bookshelf, finde ich witzig. Also, die achten ja sehr darauf, dass man die Buchtitel immer lesen kann. Ja. Viele haben ja... Also da werden auch die Bücher schon so in Szene gesetzt, dass das die richtigen sind. Ja, 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 genau. Und, also, ich meine, viele Leute achten da drauf, dass sie in Videokonferenzen ein schönes Bücherregal im Hintergrund haben. Ja, ja. Aber es ist doch meistens so weit weg, dass das Signal ist, hier, ich habe viele Bücher und ein schönes Bücherregal. Also ich bin intelligent, ich habe die alle gelesen. Genau. Und die gehen halt noch so einen Schritt weiter und sagen, hier, guck mal, was für Bücher. Ja, Gott. Ja, gibt es noch weitere Beispiele bei Wohlstand für alle, was Ihnen noch was einfällt? Naja, also was zunächst mal auffällt, ist die monströse Themenvielfalt. Die machen dann jede Woche ein Video. Und die äußern sich zum ganzen Spektrum der Volkswirtschaftslehre eigentlich. Also Gender Pay Gap und Handelskonflikte und Währungspolitik und lauter so Dinge. Und das würde sich kein Ökonom würde sich das trauen, über die ganze Breite der Volkswirtschaftslehre, sich in so einem Video zu äußern. Und das geht nur, wenn man so eine ganz feste ideologische Basis hat, mit der man dann viel einfacher erklären kann. Also, dass Ressourcenknappheiten lösbar sind, wenn man nur was daran machen würde, dass, wie die das dann immer formulieren, die Unternehmer sich den Mehrwert aneignen. Das ist so ein Hammer, mit dem auf alles draufgehauen wird. Einfach nur gerecht verteilen, dann wird das schon so die Aussage. Das ist halt schon, das ist halt ein Ticken zu, das ist halt ein Ticken zu einfach. Aber, naja, mit so einem Hintergrund, also mit dem Ideal einer sozialistischen Wirtschaft gehen die dann so auf allerlei los. Also, gibt es Fachkräftemangel? Also, man kann das bezweifeln. Also, ich weiß auch nicht, was das genau sein soll, Fachkräftemangel. Die sind einfach teuer. Weil es nicht so viele gibt, werden die halt teuer. Aber es ist ja nicht so, dass es jetzt so einen objektiven Maßstab gibt, wie viele Fachkräfte sollte es genau geben. Genau wie es keinen objektiven Maßstab gibt, wie viele YouTube-Kanäle sollte es geben, wie viel Bier sollte es geben. Da gibt es sicher alles am Markt. So, und, aber die sagen dann, naja, also im Kapitalismus, da arbeiten ja auch viele nicht produktiv, so im Marketing zum Beispiel. Und wenn die was anderes machen würden, dann hätte man ja keinen Fachkräftemangel mehr, ne? So, das finde ich, also, ich finde, das ist eine witzige Provokation. Beruf heißt ja, das heißt ja, weil es alles eine Berufung ist. Ja, 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 genau. Also, und, also, dass man, naja, also, dass das jetzt das Argument dagegen sein soll, dass es einen Fachkräftemangel gibt, ne? Dass, ja, verschiedene Leute könnten ja auch auf was anderes arbeiten, ähm, das, ähm, das überzeugt mich, das überzeugt mich nicht so. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also, es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen. Und dann, also, ja, ja, ja. Vielen Dank.